1971 war die Welt in Bewegung. Aber da bei uns war es, als würde sie stillstehen. Wir kämpfen für die Befreiung der Frauen. Ich fühle mich aber nicht unfrei. Wegen Frauen weniger sind die Förschung. Wie wärst du, wenn ich wieder arbeiten würde? Ist dir das wichtiger als unsere Familie? Und ohne meine Zustimmung kannst du auch gar nicht. So ist es jetzt. Die Frau in der Politik, meine lieben Damen, ist schlichtweg gegen die göttliche Ordnung. Nein, ich bin nämlich für das Frauenstimmrechte. Zum Glück, ich meine nicht ausschlaggebend. Ich bin dabei. Ich bin im Kampf. In Italien streiken die Leute, wenn sie etwas wollen. Wir müssen unsere Virginas kennenlernen. The Eye of God. Was hat sie gesagt? Nichts ist etwas Blasphemisches. Ich finde auch viele so gerecht. Und ich mache nicht einen solchen Aufstand. Wenn der auch nicht aufhört, dann nehmen wir mal etwas. Die Männer machen Gesetze. Aber die Betroffenen von diesem Gesetze sind wir auch. Weil es eigentlich glasklar ist, wie himmelschreiend ungerecht da ist. Für wen darf ich reservieren? Für das lokale Aktionskomitee, für das Frauenstimmrecht. Das Weib hat in der Gemeinde zu schweigen. So stolz in der Bibel. Du sollst nicht Ehe brechen. Steht auch in der Bibel. Du sollst nicht Ehe behoffn. Vielen Dank.